Audio-Log. Audio-Log. Der Planet wird morgen geöffnet. Wir werden den Marker weiterhin entziffern und bei unserer Einkehr unsere Ergebnisse und den Marker der Kirche übergeben. Die Regierung wird das hier nicht vertuschen. Ortmann sei gepriesen. Hui, Stühle und Tische werfen. Ja, jetzt kennt ihr die Wahrheit. Naja, noch immer. Ihr kennt das ja. Gut, wo geht's jetzt lang? Gehügelung. Okay, mehr gab es hier auch nicht. Das waren reine Informationsbeschaffungsmaßnahmen. Und dieser Raum ist verdammt groß. Fast schon gruselig groß. Ups, ich hab fast übersehen. Wir haben Plasma-Energie. Und können an dieser Speicher... Wir können an dieser Speicher... Ja, das Spiel beenden. Oder so ähnlich. Was weiß ich. Wir können an diesem Speicher Punkt speichern. Oh, nein! Nein, ich darf's! Toll. Ich darf's! Ihr werdet sehen, warum. Ich sag nur eins. Mr... Mr. Unbesiegbar hat wieder etwas damit zu tun. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Echt? So, hier haben wir das Shuttle. Mit diesem Shuttle können wir fliehen. Hooray. Das bedeutet, das Ende des Spiels... Ist noch lange nicht gekommen. Das sieht aber auch nicht mehr so neu aus. Eingestaubt. Überliegt Putzzeug rum, aber keiner putzt mal das Shuttle. Barb, is it you? Ist doch irgendwas. Wie unerwartet. Checken wir... Unsere Ausrüstung. Wir haben einige Strahlmunition. Wir haben viel Plasma-Energie. Und was ist das da unten links? Objekte. Singularitätskern. Navigationskarte, Navigationskarte und Navigationskarte. Ah! Ah, das sind die Shuttle-Navigationsdaten. Ah, jetzt macht das endlich alles einen Sinn. Hm. Auf geht's. Auf geht's. Das wird jetzt sehr spaßig. Sehr spaßig. Unglaublich. Spaßig. Und wir finden nicht grundlos haufenweise Munition hier. Oh yeah. Ich denke, ich weiß schon, wie ich euch hier in diesem Kampf unterhalten werde. Navigationskarte benötigt. Navigationskarten benötigt. Aber... Ich hab doch gerade... Oder soll ich zum Shuttle? Yeah! Auf hinein! Ich sagte auf hinein. Äh, okay. Was? Navigationskarte E. Ah! Ausgezeichnet! Ausgezeichnet! Ja! Schauen Sie da auf mich. Ich bin gleich bei Ihnen. Ja, klar. Ich geh jetzt einfach mal hier rein. Vollkommen grundlos. Shuttle zu Testzwecken zünden? Testhebenung des Shuttle-Antriebs. Testhebenung des Shuttle-Antriebs. Oh, glucki, glucki. Ratet mal, wen wir da hinein locken müssen. Genau. Mr. Unbesiegbar. Oh! Oh, oh, oh. Oh ja, ganz toll. Ja! Piss dich. So, wo ist er denn? Da ist er. Na komm. Ja, ihr nehmt natürlich die Abkürzung. Okay. Zack. Oh, nö, du. Oh, komm, ich bin nicht so schnell. Mann. Heilen. Komm. Weg. 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 Komm. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Hab ich ihn? Da ist er. Ja. Ja. Verbringe. Oh. Was? Okay. Ja, also ich, also ich, also ich hab jetzt nicht hingesehen, als es ihn wirklich richtig doll und so zerfetzt hat, aber er ist halt ihn zerfetzt, glaubt mir. Das Richtige zu tun. Das Shuttle muss von dem Start entsichert werden. Da, die Kontrollpapro. Sie müssen die Abkürzung durchführen, während ich den Shuttle-Antrieb starte. Das. Ja, genau. Das hat ganz zu machen. Beilen Sie sich. Ich nehme das Shuttle zum Flightdeck, wo der Marker aufbewahrt wird. Okay. Obwohl, weißt du was? Lehn dich einfach zurück. Mach überhaupt nichts. Und ich werd dann... Ich koch dir dann noch einen Tee. Okay, Docking-Halterung gelöst. Sehr gut. Was soll jetzt noch schief gehen? Shuttle-Sicherung gelöst. Yay. Darf ich mitfliegen? Oder wie jetzt? Ich bin unterwegs zum Flightdeck. Kommen Sie dorthin. Dann bringen wir den Marker an Bord. Ja, Amelia. Bald werden wir ihn nach Hause bringen. Yay. Die sind so gegengelauft. Keine Ahnung, ob kein Verrückt ist oder nicht, aber wir brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Jedenfalls vorher. Okay. Dann werd ich ihm doch einen Tee kochen. Sehr, Leute. Was machen wir jetzt? Wir holen uns den Marker. Oh, yeah. Und dann geht es runter auf den Planeten. Und wir bringen ihn dann zurück. Und natürlich gibt's dann auch einen Boss. Das war die grobe Zusammenfassung von dem, was jetzt noch alles geschehen wird. Oh, yeah. Aber ich beende das Spiel an dieser Stelle. Und dann sehen wir das nächste Mal. Hehehehe. Endlich. Den Marker. Also bis dann, Leute. Das war Dead Space für dieses Mal mit TrueMG. Leider ist in diesen Videos nicht sehr viel geschehen. Leider habe ich etwas weniger gesprochen als normalerweise. Mich weniger über das Spiel lustig gemacht. Na, ich mache mich eigentlich nie über die Spiele lustig. Ich habe weniger das Spiel kommentiert als normalerweise. Aber was soll es? Was soll es? Nun denn, Leute. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bei Dead Space. Mit Isaac. Und mir. Bye, bye. Bye, bye.